Guten Abend miteinander. Wenn es um das Grillieren geht, sind alle meistens gerne dabei. Und wenn dann auch gleich das Wetter mitspielt, dann gibt es beim Brötchen schon mal ein Richtungsfest. Alles was es braucht, damit man bei jedem Grillplausch auch wirklich eingerichtet ist, gibt es bei GOP. Vom Coucho-Grill, den man waagrecht und senkrecht stellen kann, über die Holzkolle und die geruchlosen Zündwürfel, bis zu dem unämpeerlichen Zubehör. Und alles was auf den Grill gehört, für das wenden Sie es doch am besten an die GOP-Metzger. Er weiss welches Stück sich besonders eignet und beraten Sie gerne. Der rassig würzte Grill-Schnecke, 5 verschiedene Grillwürste und Goldstar-Bullet-Teile, die gibt es jetzt zur Zeit bei GOP zu Aktionspreisen. Schon fast obligatorisch bei jedem Grillplausch sind die knusprigen Zweifelchips. Diggerscheiben aus mildem oder rezentem Schweizer Käse gehören auch dazu. Das angenehm prickelnde Henjen-Mineralwasser passt zu allem. Und eisgekühltes Pepsi ist ein einmalig erfrischender Genuss. Noch ein Tipp, sei es speziell, das ist hoch erhitzbar und deshalb ideal zum Grillieren. Ab morgen profitieren Sie vom grossen Preisabschlag bei allen GOP-Bohnenkaffee. 225 Gramm und 250 Gramm sind ab sofort 50 Gramm günstiger. Bei den 450 Gramm und 500 Gramm Packungen ist der GOP-Preisabschlag ab sofort sogar ein ganzer Franken. Und bei den Kilopackungen sparen Sie sage und schreibe 2 Franken. Sie sehen, bevor Sie Bohnenkaffee kaufen, die GOP-Leistung vergleichen. GOP-Bohnenkaffee täglich röstfrisch zu Tiefstpreisen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP eine Flasche Kräuterweinessig statt 2,40 nur 2 Franken. Alle GOP-Sirup sind jetzt 60 Appen günstiger. Zwei Grill-Kalbsbrotwürste nur 2,70. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Torina-Sonnenblumenöl statt 5,20 nur 4,50. Ausländische Nektarinen per Kilo 2,80. Auf Wiedersehen!